Ich hab X gedrückt, wieso? Oh, hier hatte ich nicht genug Platz. Was ist denn hier los? Ich glaub, das ist normal, oder? War das jetzt gerade normal? Warte, was ist hier los? Ach, hier springe ich super hoch. Scheiß Raketen, ihr könnt doch natürlich alles durch, ne? Hm? Auf jeden Fall stehen wir nicht unter Zeitdruck, das kann ich schon mal sagen. Was? Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Was? 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 Ah, ich verstehe, was ich machen muss. Worauf habe ich mich bei diesem Spiel nur eingelassen? Okay. Raketen-Cluster-Fuck? Ach, warte, ich darf das Ding gar nicht berühren, okay. Warte, was? Ach so. Verschwende keine Zeit. Hör auf rumzuschweben. Zerstammt für die Raketen. Oh Gott, das ist doch... Moment, wenn ich R drücke, soll ich dann nochmal ein bisschen quick respawnen? Spawn. Oh ja, ich weiß nicht. Oh ja, ich weiß nicht. Oh ja. Also, das Spiel ist auf jeden Fall sehr geil. Ich glaube, gegen die Raketen zu kämpfen ist sinnlos. Wenn man keinen Arsch hat, hält man doch echt nichts aus. Seht ihr? Deshalb niemals den Arsch verlieren. Shit. Lieblingsbereiche, die zu lange brauchen, werde ich beschleunigen. Ja, wie lange denn noch? Boah. Warte, da hast du einen Stern. Den hole ich mir. Den hole ich mir. Den werde ich mir holen. Pass auf. Also. Jetzt haben sich Mechaniken schon wieder geändert, ne? Ach, warte. Die Dinger werden zu... Nicht ernsthaft. Die Dinger werden ernsthaft zu Raketen, ne? Okay. Hä? Der Sprungrad hat's doch locker... So, was macht ihr jetzt, hm? Halt ich jetzt den Stern? Jetzt ernsthaft? Ist mir jetzt auch egal. Deshalb sammle ich so'n Shit auch nicht. Ich will den Stern haben, Mann. Ach, bitte. Ich versuche mal was anderes. Oh, Mann. Ich hab doch X gedrückt. Nein. Aber da ist der Ausgang. Das schaffen wir. Das kriegen wir hin. Ich verstehe aber langsam, was ich machen muss. Ich darf's aber auch echt nicht zu früh machen. Also, man braucht hier die Ruhe von so'nem Zen, Mann. Ich weiß, dass ich nicht mehr so'nem Zen-Meister, sonst geht das gar nicht. Aber als Trost, man kann die Musik länger hören. Ach, fuck. Ich muss warten, bis beide zu sehen sind. Das war zu früh. Das war zu früh. Ach, Shit. Ich glaub, der hätte mich nicht getroffen, wenn ich nicht gesprungen wäre. Oh, Mann. Oh, Mann. Mh 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 Ich krieg das hin Ernsthaft? Ich hab doch schon gestampft Das war zu früh Die Raketen folgen auch bis man stirbt oder man sie zerstört Boah Warte was Jetzt kommt bitte nicht über Oh man, nein, nein Nein Das war nicht richtig Ja Oh yeah Ja Ja Warte, hier ist direkt noch einer Oh Gott, das wird jetzt Oh nein, nein, nein Das macht auf jeden Fall super viel Spaß, das kann ich sagen Also von Raketen weglaufen ist glaube ich nicht möglich, ne Ich muss glaube ich auch jede einzelne triggern, ne Also so viele wie möglich zerstören, das hilft auf jeden Fall Jetzt wie aktuelle ich jetzt möglichst wenig von denen aber okay man kann nicht weglaufen es geht nicht die sind schneller geschafft der papst ist wahnsinnig geworden oder wird gedanken kontrolliert egal er will dich töten oh nein was habe ich denn getan du wirst ihn töten müssen ok okay Vielen Dank.